Im Labor für Simulationstechnik werden Fächer wie Simulation elektrischer Schaltungen, Messdatenverarbeitung, Signalprozessoren, Echtzeitsysteme, Embedded Systems, Signalverarbeitung und Steuerungstechnik unterrichtet. Für Studieneinsteiger der Automatisierungstechnik hat der Fachbereich Elektronik ein besonderes Highlight entwickelt. Die Studierenden erhalten begleitend zur Lehrveranstaltung im Bereich Messdatenverarbeitung einen Koffer mit nach Hause, der hunderte Bauelemente, Sensoren, Aktuatoren und einen Controller enthält, mit dem sie für die Dauer der Lehrveranstaltung zu Hause Übungen absolvieren und ihre eigenen Projektideen umsetzen können.